So weiter geht's Diesmal auf Caspian Border Ja so nehmen wir die kleinen Pisteile hier Ja ich liebe es so rumzuhüpfen BEMSE Hey wieso bin ich ausgestiegen? Was? Wo ist das Ding hin? Wo ist das Fahrzeug? Da ist der Größte, wo ist der Ding? Er wo denn? Hier Wo? Hier Ach du da unten? Komm mal hier hoch bitte Dauer zu Ah ich werde beschossen Oh da war ein Jet Ah Ich hab's gut gepackt Mal gucken Belebt mich wieder? Warte Oh man Oh Richtig gut Richtig Richtig Leute wollt ihr sowas wirklich sehen? Ja Ich mein anstatt dass Ich meine auf einem komischen Scheiß Drecksvergammelten Operation Firestorm Kriege ich ja wenigstens noch ein Helikopter Oder sowas in der Art Hol dir meinst du nicht Prämien Du bist drin oder? Bau Bau Dann fahren wir diesmal nicht so ins Wasser Pfff Ja So Leute Da oben können wir doch einnehmen Ich steig mal aus Ich weiß nicht so dass wir es schaffen aber Ich weiß nicht so dass wir es schaffen aber Ich weiß nicht so dass wir es schaffen aber Ich bin da rein Leg dich hin Leg dich hin Wir dürfen nicht leg dich hin Ich dürfen nicht wissen dass wir hier sind Ich hab mir mal schreien hören was du das Was du das? Ja Was du das? Ja Was du das? War das ein Gegner Oh Gott scheiße Oh Gott viele Gegner Oh die sind mir als wir Oh Nein Oh Das schießt doch auch mal Ich hab wie man getötet wird Das schießt doch auch mal Ich benutze es sonst Ja die kommt von hinten Ja die kommt von hinten Oder von du guckst vorne ich guck hinten Voll Scheiße Guck sie vorne Das brauche ich es sonst Der A K F 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 hier alle leute geht es weil ich der Plan war genial der Lerbogelitenfahrzeuge klopft ein Tonner Tag für die Russen gehalten wird aber wie liegt man das Ding egal ich habe ein Schleudersitz ich bringe mal raus geh ich will hol mich mal ab im wald bei ich nenne hier von e ich könnte es einrichten zu e zu kommen da ich muss ich muss mehr Leute wir machen auch gerne so Sachen wie abholen und irgendwo mit Helix absetzen da wisst ihr warum wir hier keine Leute mit Helix absetzen können achten tot weil wir hier keine Helix abbekommen feier und belegt ich wieder mp-12 mp-12-60 der Gartenbocker Hüttler das ist er so ausgestiegen da das ist gerade verschwunden eine ja natürlich nicht ich bin ich habe es aber da er ist doch kein tank auch jetzt denkt und das begegnen b da war ich da war wir müssen der blitzige würde bis vor es wird ich bin so voll auf der Flucht gehen ich hätte den Panzerabwehrteil mitnehmen oder okay dann oh scheiße doch hat er gewählt wie wir geflogen sind die Teilhauten gewählt ich bin ich mir mal konnte durch die jäbel mitnehmen oder ich bin ich bin er die sieben mitte und du also ich bin er die sieben mitte und an das Gegner wenn ich wieder oder die mehr gibt mit diesem Platz das sind einfach zu viele das wollen bei mir wow Super Hornet weißt du von was getötet wurde? von der Super Hornet ja ja ich fahre mal in Mongolia... oh das ist gar kein Mongolia das ist auf der Karte in Güster aus ich renne morgen Volkmeer solange du schwarz bist cool ich hab mir zuhause gefunden oder kann man sagen kann man da hochlaufen an den Seilen kann man an den Seilen hochlaufen haa haxbrüller hatten wir doch auch mal in der Seile hochlaufen dann haben wir immer noch in der Seile in der Seile könnten wir eigentlich auch lesen da war von wo denn komm leg mal medikit weißt du weißt gar nicht wo du bist ich lege irgendwo... boah ich wurde geneift voll noch so damit geneift zu werden hab ich auch schon jemanden getötet auch ein da kriegen wir irgendwann auch mal posten was? wir machen jetzt ne mongoliten Dave Kolonne Leute wo bist du? ich kann nicht bis zu deinem mongoliten Dave mitnehmen ah nee da ist er schon follow me das ist ein hey man erlebt ich bin mal am reparieren bleib aber stehen reparier mal auf da wieso dein Team mit oh bist du ein Weg der Nähe von der da drin. Na, ich weiss. Ich weiss. Tschö! Ich weiss! Ich weiss! Ich weiss! Ich weiss! Fahr weg, bevor das E-Mail kommt! Ah! Ah! Oh, Baum. Ich steig gleich aus, gell? Nein. Ja, ich bin fast tot. Hä, das Ding fährt nicht mehr. Ich weiss! Ich weiss! Ja, das Ding! Ich weiss, du bist nicht weiter, weil ich hab keinen Bock mehr. Ja, das Ding! Bleib so verstehen, du bist der Typ nicht genannt, dann! Oh, bist du im Wichsel? Ja, genau! Ich konnte wieder nicht an der Tagestellungsboden. Warte, wir machen ein Fahrzeugkommunen und den Traktisch zu meinem Mokulitten, Dave. Warte, wir machen ein Fahrzeugkommunen und den Traktisch zu meinem Mokulitten, Dave. Oh! Hat sich das Problem. Folg mir! Wow! Sache! Scheiße, wau! Scheiße, Panzer! Wow! Wow! Wie sieht das aus, wenn man so springt? Ah! Ich drehe mal ein paar Runden, bis du kommst. Ich bin doch schon da! Scheiße! Junge! Was machst du? Scheiße! Scheiße, ein Berg! Wow! Oh gut, ich kann auch fahren. Hä? Ich kann nicht mehr fahren, Hilfe! Steig aus! Wir müssen den Scheiß einnehmen! Ich komme! Hier bin ich super geschützt in dem Teil. Vor allem, dass der Teil uns bestützt hat, gell? Ich sehe das bewusst. Aber wo bist du sonst? Hintere? Also ich hab's überlebt. Ich renne mal. Ich hab 250. Bist du drinnen? Ja! Leute, wir schauen uns nur um die Punkte, nicht um die Flagge selbst. Oh, Schluss! Wir fahren zur Antenne! Boah! Der Jet hat ganz schön geraucht! Oh, Scheiße! Was hast du gesagt? Nein, fahr gerade aus jetzt! Ich springe eh gleich raus! Drei! Zwei! Eins! Springen! Ja, wo soll man hier denn Deckung suchen? Und ich geh in die Antenne rein. Hier kann man auch nur von einer Seite genutzt werden. Ich will's tun, dass es hier keine Leiter mehr drin ist und du... Da muss man jetzt nur so mit einem Jet hoch. Ist irgendwie... Ja gut, aber dafür schimmeln da halt nicht mehr so viele. Zielst du auf die Tür? Ja. Ich auch. Leg mal ein Medi-Cat. Boah, nein, ey. Warte, warte, warte. Da hast du mal gelegt. Wow, wow, wow! Scheiße, Medi! Komm her! Spawn! Du hast den Arsch gesichert. Du hast den Arsch gesichert. Du schützt mich! Du warst mich! Du warst mich! Steig ein! Steig ein! Steig ein! Steig ein! Ja, Mann! Was wird tot? Was wird tot? Du bist nicht eingestiegen, Mann. Das hätten wir schaffen können. Alter, wie man bombardiert wird, das ist richtig egal. Hat der gerade auf unsere Leiche geschossen? Bergspitze! Bergspitze! Mann! Ah! Spreng über den Zaun! Mann! Über den Zaun! Wo ist denn der Gegner hin? Ich will den Knife! Ich will den Knife! Wo ist denn der Gegner hin? Tyron! Ja? Ja? Keine Ahnung, er ist tot! Ich renne mal weiter, gell? Aaaaaah! Ja, wo denn? Mir ist ein Tank auf! Wir müssen ein Tank auf mich zu rücken! Ich versuche mal zu überleben! Ich versuche mal zu überleben! Ich versuche mal zu überleben! Ich versuche mal zu überleben!